hallo und herzlich willkommen zur achten folge meines video tagebuchs hier auf youtube schön dass ihr euch auch wieder dabei seid wir kaufen schon mal nadex in die karen arena karneval fiere und haben heute auch mitkommen an jetzt sind wir da und dann müssen wir nur noch auf die familie schwarzen das ist langsam welt vor wir haben unseren platz auch schon gefunden das ist der eins noch der feide lassen wir das prömmelchen einfach losmarschieren Jetzt sind wir wieder daheim, ich hoffe daran durchzufallen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Links zu meinen sozialen Medien findet ihr unten. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, ein Like, ein Share und vor allen Dingen über ein Abo. Bis dann. Bis dann.